Sweet Celery oder Pastinaken Chili mit gekochten oder im Ofen gerösteten Kichererbsen, abwechslungsreich gestaltete, vegane Menüs, sind eine Wohltat für Magen und Darm und Augenweide zugleich. Qual der Wahl haben Konsumenten beim vielseitigen Gemüseangebot im Frühsommer. Den Gemüsevariationen für ein Gemüsechili sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Sweet Celery oder Pastinaken Chili, um es gleich vorwegzunehmen. Celery kann in der Chilisauce leicht säuerlich im Geschmack wirken. Pastinaken sind geschmacklich intensiver und nach Belieben geeigneter für dieses Gericht. Zutaten für zwei Personen. Eine bis zwei Frühlingszwiebeln. Ein großer Sellerie oder vier Stück mittelgroße Pastinaken. Ein Stück Ingwer. Ein Pack Sojasprossen. Eine Portion Rucola. 250 Gramm Kichererbsen. Ein Bund. Petersilie frisch oder getrocknet. Ein Bund. Schnittlauch frisch oder getrocknet. Nach Belieben. Ein paar Blätter. Koriander frisch oder getrocknet. Einen Esslöffel. Oregano frisch oder getrocknet. Ein Lorbeerblatt. Zwei bis drei gehäufte Esslöffel. Paprika gemahlen. Beispiel McCormick. Paprika. Intense. Ein gestrichener Löffel. Kurkuma gemahlen. Oder allenfalls frische Wurzelstückchen. Ein bis zwei Esslöffel Sweet Chili Soße. Ein Esslöffel Sri Racha. Soße. Zwei Esslöffel Sojasoße. Ein halber bis dreiviertel Liter Thai. Kitchen. Kokosnussmilch. Light Zubereitung. Gemüse schälen und waschen. Auf Tuch trockenlegen. Frühlingszwiebeln und Ingwer in feine Scheibchen schneiden. Drei bis vier Esslöffel Baumnussöl oder Olivenöl extra vergiene. Und ein Deziliter Whisky in die Pfanne geben. Frühlingszwiebeln und Ingwer kurz dünsten. Kokosmilch dazugeben. Alle Kräuter, Lorbeerblatt und Paprika sowie allenfalls ein Teelöffel Pepperoncini-Flocken. Sweet Chili Soße, Sri Racha, Soße und Sojasoße einrühren. Sellerie in grobe Würfel oder Streifen geschnitten dazugeben. Kurz aufkochen. Sojasprossen mitköcheln. Rucola dazugeben. Und Gemüse bis bissfest in Chili Soße köcheln lassen. Nach Belieben nachwürzen. Es können auch weitere Gemüse mitgekocht werden. Beispielsweise geschnittene Karotten, Peperoni und Zucchini. Kichererbsen geröstet oder gekocht, siehe Rezept stirnrunzler.ch, in einen Suppenteller geben und das Sellerie- oder Pastinakenchili anrichten. Mit Rucola, Oliven und Datteltomate garnieren. Das Chili kann zugedeckt und im Kühlschrank problemlos zwei Tage aufbewahrt werden.